So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und ich möchte jetzt schon mal die Max Out Monday Folge aufnehmen, obwohl heute Freitag ist, weil ich nämlich mit dem Thomas ein Duo Raid machen wollte vom Sackjahn, also vom Session, vom Session, Session, ich hab keine Ahnung, ihr seht, das Galer Event ist gestartet sozusagen, einige nennen das so, überall sind Schatten, ihr habt hier die blöde Raube, ihr habt das Eichhörnchen, ihr habt das, scharf Galaflampion spawnt wild, das ist auf jeden Fall auch nett, das ist ein guter Eisangreifer, unterschätzt den mal nicht, das Handy ist schon wieder total überfordert mit allem und ruckelt rum, hab halt kein iPad, ja, so, und, weil Max Out Monday ist und ich mich vorbereiten möchte, alter, weil ich mich vorbereiten möchte, möchte ich heute mal ein bisschen Metagross pushen auf Level 50 und, weil Palkia weg ist, auch Palkia pushen auf Level 50, wir haben ja beim letzten Mal hier das Dialga gepusht auf Level 50, 4565, ein hundertprozentiges, hab ich 323 Raids gebraucht, bis zum 100er, bei Palkia war es aber anders, bei Palkia waren es glaube ich nur, äh, 23 Raids ungefähr, hier habt ihr das jetzt, das 2280er, dann kamen noch ein paar Raid Manias dazwischen, wo ich auch nur noch Speed Raids gemacht hab, das seht ihr auch, ich hab sonst immer alle gefangen, aber jetzt ist ein Unterschied von 20 Stück ungefähr da, dass ich einfach nur rein bin und bin geflohen, rein bin, bin geflohen, wenn es kein 100er war, wenn es kein Shiny war, hab ich es dann nicht mehr gefangen, 142 ist also ganz okay, ist nicht so viel, das wollen wir jetzt auch mal hier Power abben, das heißt, wir gehen einmal hier rüber, pushen das auf 4512, das ist dann das 100% Palkia auf Level 50, gleichzeitig können wir hier auch noch eine neue Attacke drauf basteln, das machen wir ja gerne mal, damit ich dann immer, wenn ich Raide und drücke und nicht hingucke, wo ich drücke, immer was Falsches drücke, Drachenrude Nassschweif, da möchten wir bestimmt eine Drachenattacke, na, jetzt hat es hier Hydropumpe reingenommen, Hydropumpe, Feuersturm, eigentlich möchte ich ja Drago Meteor, aber Feuersturm? Weiß ich nicht. Würdet ihr noch eine Wasserattacke machen, oder würdet ihr Feuersturm lassen, ich glaube Feuersturm brauchst du gar nicht, dann würde ich wahrscheinlich Hydropumpe noch drauf machen. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr nehmen würdet für ein Moveset, wenn ihr da zwei habt, Nassschweif ist ein dreigeteilter Move, zu jeweils 50, ich mache trotzdem jetzt hier auf Hydropumpe 130, erstmal so, werde ich in der GBL sowieso nicht benutzen, ist nur so für die Sammlung, 100% Palkia 4512. Was habe ich sonst noch hier bekommen? Das sind die VP stärksten, das hier ist eins mit 3900 noch was, das ist auf Level 40, das ist ein 93er, mit 13 Angriff, was sagen die hier aus? Ich glaube die WP, ne, das ist das ist nix, also gehen wir mal zu den Nichtwettergeboosteten, wie viel wir da nämlich noch haben, 2275, das dürfte dann ein 98er sein, ja, das würde ich auch noch, weil ich so viele Bonbons habe, auf Level 40 pushen, einfach nur so, mit 3900, warum nicht? Die Bonbons sind ja nix mehr wert, also früher hat man sich gar nicht getraut, was auf 40 zu pushen, jetzt mittlerweile ist ein 40er Push nichts, ich habe auch über 1000 Sonderbonbons schon wieder, weiß nicht, was ich damit machen soll, also das ist ein 98er, gehen wir kurz hier rein, Feuerodem, können wir so drauf lassen, machen hier auch noch kurz andere Ladertage, Drago Meteor, meinetwegen, ähm, Shinies habe ich vier Stück, im Endeffekt, 2274 ist, auch noch 98, hier noch ein 96, wir machen das 98er auch mal noch, wir brauchen ja nur 248 Bonbons, wenn es jetzt gerade nicht schon wieder hängen würde, hallo, Handy, liegt das jetzt an der App, oder liegt das an Kabel Deutschland, man weiß es nicht, gehen also hier hoch, 248 habt ihr, genau, pushen wir das auch noch auf 3900, 81 machen da auch noch hier einen Haken dran, da fliegen die halt ein bisschen nach oben, Drachenrude, Drago, Meteor, so, Palkia, und Schilland, so dass ihr das seht, dass das wirklich vier Stück sind, eins ist sogar hier in 2260er, Lucky, mit dem Benny getauscht, ist aber leider nicht ganz so krass, also lasse ich das weg. Wo wir gerade beim Thema Schilland sind, gab es ja die letzte Zeit Scaraborn, das möchte man auch noch kurz zeigen, denn wir haben es auch geschafft, Scaraborn vollständig zu bekommen, mit einem männlichen und einem weiblichen, da ist der Seedate dazwischen, dann sind die anderen Sachen dazwischen, ja, Scaraborn war ein Pokémon, was viele Leute haben wollten, wo ist Scaraborn? Hier haben wir Scaraborn, einmal, ein männliches, das wurde auch getauscht vom, äh, Drachek, glaube ich, ein männliches und ein weibliches habe ich selber, das müsste ja unten stehen, Drachek 23, genau, männlich und das weibliche Scaraborn ist hier, das wurde auch getauscht, ich raide mit den kleinen Accounts ja immer die Shinies und mit dem großen mache ich die Fünfer, mache ich jetzt auch so im Galer Event, Flunschlik, Smogmog, Mautzi und Borender werde ich mit den kleinen Accounts raiden, wenn die einen Shiny haben, tausche ich es mir rüber und mit dem großen mache ich nur Fünfer Raids, für die besseren Belohnungen, für mehr Erfahrungspunkte, für die Hunderter Sammlung, hier also das weibliche Scaraborn und das männliche Scaraborn auch als Shiny dabei und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Hauptpunkt, den wir hier haben wollen und zwar zu Metagross, da habe ich nämlich, wenn wir nach WP sortieren, dieses hier, was Best Buddy ist, aber noch nicht auf 50 ist, da fehlt noch ein kleines bisschen was, jetzt ist es auf Level 50, 100% Metagross mit Best Buddy Boost, wenn wir es anlegen würden, Sternhieb ist da auf jeden Fall wichtig und das ist auf Level 40, 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 das ist ein Fünfer Team, das möchte ich nicht auf Level 40 ziehen und auch nicht auf Level 50, weil ich als sechstes mir gedacht habe, wir nehmen das Krypto Metagross, wir nehmen einfach das, das hat jetzt nicht so gute IV, wie man da sieht, obwohl, ne doch, eigentlich passen die sogar schon fast, wir gehen jetzt hier drauf auf Power Up, wir ziehen das jetzt einfach einmal hoch, komplett mit 375 Bonbons und 360 XL Bonbons für ein Level 50er Krypto Metagross 3381 WP dazu auf 4223, das ist auf jeden Fall stark, das wird jetzt auch unser Team ersetzen, gegen Sackjahn, wenn wir da antreten wollen, wie gesagt, ich habe hier diese Mega Entwicklung vorne drin, ähm, am zweiten Punkt müsste man jetzt also das Krypto packen, dann das Hunderter auf 50 und dann packen wir hier noch die anderen hinten rein, so sind alle Hunderter drin und das Shiny ist nicht mal mehr mit drin, jetzt habt ihr also ein 6er Team gegen Sackjahn mit Mega Gengar, mit Matschbombe, als Giftangreifer und dann 2 50er Metagross mit Sternenhieb und 3 mit Sternenhieb auf 40, obwohl mir gerade auffällt, das Krypto Metagross hat ja gar kein Sternenhieb, oder? Das hat ja einfach noch, oder was hat's? Es hat Patronenhieb Psychokinese, hat auf jeden Fall aber nicht die, ähm, diesen Verzweifler, ne, Frustration war das ja, hat auf jeden Fall keine Frustration und da ich ja letztens erst wieder GBL gespielt habe, kann ich mir jetzt natürlich Sternenhieb hier draufpacken, was total wichtig ist, Sternenhieb beibringen, genau, schwupp, und so habe ich Patronenhieb, Sternenhieb mit Krypto-Bonus, allem drum und dran, deswegen war es mir auch wichtig, diese Saison die, äh, Attacke zu bekommen, ach, die, die Top-Lade-TM zu bekommen, denn die brauchst du einfach, die brauchst du, die brauchst du bei so vielen Dingen, gerade die Krypto-Pokémon werden immer wichtiger, ich habe bisher nie großartig, Krypto irgendwas gepusht, jetzt habe ich mal ein Krypto-Pokémon gepusht, wirklich, ihr seht, von 600 bis 4200, ist ein bisschen teuer, aber lohnt sich im Endeffekt, die sind einfach nur mega stark, damit werde ich dann kämpfen, Patronenhieb, Sternenhieb ist da, hier könnt ihr mal reinschreiben, was euer Sechser-Team ist, gegen Sackjahn und ob ihr das auch schon mal im Duo probiert habt, den Duo-Raid mache ich zwar heute am Freitag mit dem Thomas, er lädt ihn bei sich schon hoch, aber ich, meine Sichtweise, werde ich dann wahrscheinlich am Dienstag hochladen, dass ihr am Dienstag einen Duo-Raid von Sackjahn noch bekommt, das war es jetzt von meiner Seite aus, äh, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, Peace out, vorhaut, euer Ramses.